guten tag und tag gehen wir hier auf youtube also wir können hier sehen es ist bereits installiert eine ein update auch gar nicht nötig und möglich wir sind ja beim gruppe ich suche ein video was vor einer woche zirka war aber hier können wir sehen bei neueste videos noch mal ein klick man sieht damit das aktualisiert wird wir haben auch dieses datum hier 24 24 und das heute wieder ein neues gemacht das ist auch nicht dabei oder nein ich steht vor einem monat und besteht 117 also 117.000 abonnenten und 294 videos sollte ich mich laut welcher sicht mal bei rg.de melden oder oder ich meine auch meine kommentare kommen nicht an nur scheinbar läuft alles auf remote aber ja könnt gerne schauen oder mal schauen was die kanzlei selbst dazu sagt oder was meinst du ja war jemand jetzt im zimmer oder habe ich das geplappert ist ja kein tourette prinzip aber dankeschön die irgendwas mit dem haken zu tun haben können danke fürs zu werden ich beende mal die aufnahme bei 123 ein short video wird das nicht mehr oder bei 123 danke fürs kommentieren